hallo und herzlich willkommen zurück zu die infekte ja in der ersten folge könnten wir uns schon mal so ein paar grundsachen aneignen und unser bett bauen damit um wenigstens die nacht über schlafen können jetzt brauchen wir auf jeden fall erstmal was zu trinken sehr schön wir haben gleich noch eins macht doch nicht will auch nicht okay so haben wir burke die kümmer essen protein das ist fleisch wir brauchen vielleicht ich was habe ich letzte folge gesagt wurde ihnen ist fisch ja ein arsch protein ist fleisch junge fleisch so jetzt geht es erstmal darum bei lagerfeuer zu bauen so wir müssen uns erst mal ein bisschen die grundsachen ranholen und das muss man jetzt ein bisschen zügig machen da läuft ein vogel essen lagerfeuer kleiner stein und feuerholz wie zum henk kriegt man feuerholz habt ihr eine idee kann man das hier oben aufbauen beziehungsweise erst wenn man nicht ich würde mir das erst mal hierhin bauen so wie gesagt das können wir alle später noch ne ok hier können wir nichts bauen wir brauchen auf jeden fall jetzt wird darauf packen so jetzt brauchen wir schon ein bisschen stein nein nein zwei wieso schon wieder ich glaube weil die proteine uns fehlen kann das sein wir können alles aufheben gott was finden ja uns fehlt das protein und fette fehlen uns auch gott so kleiner stein kleiner stein ist das kein kleiner stein ich habe leben abgebaut ach gott so warte wir brauchen auf jeden fall erstmal noch eine lagerkiste ich will jetzt schon 10.000 sachen bauen merkst du es lager ein lagerbehälter acht bretter das ist schon mal gut den könnte man ja schon mal hier hinsetzen so acht bretter 1 2 3 4 stück das heißt wir brauchen auf jeden fall noch ein bisschen holz so freunde holen wir gleich ein bisschen holz ran es macht so viel spaß also macht sie mir wirklich also muss ich ganz ehrlich sagen also ich finde das spiel richtig genial so wenn der durch ist das eine musste noch lagerkiste behälter öffnen so da können wir schon mal das kupfer reinpacken weil wir uns erstmal nicht brauchen dann packen wir die 20 leben schon mal weg rindenmulch packe ich mal hier rein oh wie schön das ist so gurkensaat und melonsaat verband feuerzeug und die pflanzenfaser das lassen wir mal hier drinnen ok nice kann ich den jetzt auch bewegen ja löschen entfernen ok das wollen wir nicht so wir brauchen kleine steine steinchen steinchen wo bist du nur und wir bräuchten eigentlich ich weiß nicht gibt's doch fisch müsse oder protein geben oder was ist das das ist doch schon wieder leben ok ich meine leben haben wir denn kein problem ja guck mal was bist denn du da hinten der haut ab ok dafür bräuchte ich eigentlich einen bogen kann man hier irgendwie warte mal kann man hier mit fischen ich habe keine ahnung gibt's hier fische gibt es hier überhaupt für also ich glaube angeln geht noch angeln kann man aber mit fische ich habe keine ahnung ich habe absolut keine ahnung so warte lassen wir das leben das leben den leben wir noch reinpacken so gleich noch ein paar bretter herstellen warte mal das ging doch was ich habe ich habe ja so eine idee also nicht eine idee ich habe ein paar sachen weiß ich ja durch das lp von meiner frau senderwerke platzierbare lager feuerholzständer stockständer holzszeit sind noch bretter ständer holz asset ständer kann man denn vielleicht so so was brauchen wir dafür sechs stück st die stb st st so wir haben schon ein Ja, der haut immer wieder ab. Oh, das mit Protein wird natürlich... Uiuiuiui. Sticky sticks. Sticky sticks. Sticky, 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 sticky. Okay. Was ist das? Kann man das aufheben? Nee, geht nicht. Ich hätte versuchen können drauf zu hauen. Ich brauche normale Stöcker jetzt. Kann ich jetzt hier eigentlich mit der Axt? Wohin, wohin. Ehrlich? Man kann die Büsche nicht kaputt machen, um da raus vielleicht sticks zu kriegen? Das ist ja nervig. Das kriegen wir hier raus. Nichts. Doch, Feuerholz. Wir haben Feuerholz. Ich hau ab. Aus den Dingern kriegen wir Feuerholz raus. Sehr schön. Geil, das wusste ich nicht. Ehrlich, das wusste ich absolut nicht. Kann man eigentlich diese Holzscheite noch weiter verfeinern? Dass man aus diesen Holzscheiten vielleicht auch Feuerholz rauskriegt? Oder aus diesen Holz... Irgendwas war doch da. Warte mal. Wieso nimmst du schon wieder die Steinachse? Nimm dein Schwer an die Hand. Fühle ich mich gleich viel sicherer. Hier ist gleich ein Stickspur. Kannst du gleich mitnehmen. Sehr schön. So, da können wir doch schon mal hier das Lagerfeuer. 8 von 8. Sehr schön. So, zeig mal. Ja, haben wir noch irgendwas? Zwei Sticks? Mehr nicht. Ja, toll. So, warte mal. Holzscheit. Hier, warte. Holzscheit? Nee. So, pack dir mal hin. Ernten. Ah, Feuerholz. Na, guck dir doch an. Menschenskinger. Ich hatte da irgendwie was so ein bisschen im Kopf. So. Sehr schön. Das ist doch schon mal nice. So, und jetzt hoffen, dass das so funktioniert, wie ich es hoffe. Oder, dass das nur mit der Maschine ging. Weiß ich nicht. So, Holzscheite einfügen. Nimmst du die ja nicht automatisch raus? Nee. Das macht, glaube ich, die Maschine. So, wie kann ich die jetzt hier rausnehmen? Hinzufügen rechte Holzscheite nehmen. Achso, richtig muss das doch. So. Okay, hierfür brauchen wir jetzt noch kleine Steine. So, jetzt müssen wir erstmal kleine Steine holen. Sonst wird das hier ja nicht. Was ist das? Keine Ahnung. Wir machen hier hinten, wo das Kupfer ist. Da kriegen wir auf jeden Fall Steinen raus. Nee, 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 nee. Wir müssen uns auf jeden Fall auch ein bisschen beeilen hier. Sonst wird das ganze irrtisch mit uns. Ein Frühtaut zu Berge, wir ziehen Faller. Aber es tut mir so leid, aber wir brauchen es. Können wir nicht irgendwas rausschmeißen? So, können wir uns noch bewegen? Ja. Oh je. Okay. Auf jeden Fall haben wir unsere Lagerfeuerer fertig. Sehr schön. So, jetzt kurz hier rein. Feuerholz. Kann man das nicht lagern? Doch. Nee. Ach, die nehmen alle einen Platz weg. Okay. So. So, Sticks. Okay. So. Jetzt. Lagerfeuer. Benutzen. Schmutziges Wasser. Aha. Okay. Hey, wieso trinkt er nicht? Guck mal, der Durst geht aber weiter runter. Ach, ich habe kein sauberes Wasser drin. Ach, okay. Krasse Sache. So, wie kriege ich jetzt hier... Wie kann ich das jetzt machen? Schmutziges Wasser. Okay, nice. So. Nee, da muss ich glaube ich jetzt... Lagerfeuer benutzen. Okay, lasst uns mal das Wasser auffüllen. Es ist ja wichtig. Es ist wichtig. So. Kümmern uns ein Eimer oder sowas. Ja, ich glaube das geht später. So. Nur 20 Eimer können wir noch. So. Es ähnelt ja ein bisschen doch so, so, äh, der, ähm, Green Hell, ne? So. Vom, vom Aufbau. So. Das haben wir drin. Hier ist jetzt leer. So, wie kriege ich das Feuer jetzt an? Lagerfeuer benutzen. Kann ich jetzt irgendwie... Brauche ich jetzt... Wie, 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 wie kriegen wir das an? Ich glaube ich brauche Rindenmulch. Ich bin mir nicht sicher, wir probieren das einfach mal. Wie kann ich denn das hier auch nochmal halbieren? Brauchen doch nicht alles. Das sind wir ja hier gleich. So, was auf jetzt? Ja, wie geil. Schön, 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 schön. Das funktioniert. Ich, die waren, ich, Feuer machen. Oh Mann, ey, sorry, aber ey, ehrlich, das ist so geil. So, ja, mal einmal Nahrung, Gesundheit, Kohlenhydrate, Protein. Okay, dann darfst du das mit mir essen. Oh, da hatten wir sogar mehrere von. Ja, cool, schön. Sauberes Wasser, ist schon fertig, okay. So. Ja, nice. Dann machen wir es gleich voll. Sehr schön. Okay, kann ich das Feuer auch irgendwie wieder ausmachen oder... Ah, Rindenmulch, ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht alles verbraten. Okay, nice. So, stehen jetzt hier hinten meine Steine noch. Wo sind die Steine hin? Wo sind die Steine hin? Keine Ahnung, sie sind einfach weg. So. Doch, die spawnen, ne? Also, wenn du das einfach liegen lässt, dann die spawnen das. Das ist ja auch doof. Was ist denn das? Kann man das irgendwie erkennen hier, was das ist? Nee, nee. Guck mal, hier haben wir noch ein Stück. Dann nehmen wir gleich mit. Hier haben wir noch ein Stück. Wenn wir sie schon finden, dann nehmen wir sie natürlich mit. So, jetzt bauen wir auf jeden Fall hier noch ein paar Steinchen. Oh, das kommt ja immer wieder, ne? Das müsste ja immer wieder auftauchen, das ganze Zweig hier. So. Ich muss nur aufpassen, dass wir nicht gleich zu überladen sind. Nee, noch geht's. Kann jetzt hier nichts weiter raus? Okay, dann ab zurück. Wir müssen nämlich diese Schmiede bauen. Dass wir dann diese Schmiede, dass wir Eisen-Dings kriegen. Ich will das unbedingt dieses Eisen haben, ne? So. Hinzufügen von Material. Wir bauen noch vier Stück. Sehr nice. Noch vier Stück. So. Vier Stück, vier Stück, vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Nehmen wir natürlich gleich mehr mit, ist ja klar, ne? Was wir tragen können, können wir tragen. So, auf, zurück. Ey, ich find's ja mega, ehrlich. Oh, ich hoffe, dass wir, dass wir die erste Angriffsfälle irgendwo leben. So, wie mach ich das Ding jetzt an? Spiele benutzen. Stein. Stein. Und, Feuer. Aber wieder Rindenmilch, hundertprozentig. Rindenmilch. Weil wir... Ich nehme nur mal die Hälfte mit. So, hoch mit dir. So. Ja, war klar. Es war klar. Mit dem Feuer machen wir das Ding jetzt an. Das dauert jetzt. Wie lange dauert das? Da läuft das dauert ein bisschen. In der Zeit, was machen wir in der Zeit? Ähm... Retter herstellt. So, wie sieht's denn aus? Das haben wir hier. Finden, suche dir Proteinquellen. Äh, deine Hauptproteinquelle sind Wildtiere und Fische. Suche nach einem Tier oder gehe zu einem See, um Fische zu finden. Beides sind hervorragende Quellen für Fette und Protein. Du musst beides am Lagerfeuer zubereiten. Isst du es roh, büßt du an Gesundheit ein. Am besten tötest du deine Beute mit einem Steinsperr, wirfst dein Speer auf das Tier und warte, bis es verblutet ist. So will Tiere an Land, als auch Fische müssen nach dem Töten geerntet werden. Um ihr Fleisch zu kommen, um an ihr Fleisch zu kommen, nun töte ein Tier oder ein Fisch und ernte. Ja. Okay, das steht ja alles da, aber wir sind ja hier. Aber ich sehe ja keinen Fisch. Das würde sich doch hier voll anbieten, oder? Ich habe ja keine Ahnung, wo hier ein Fisch ist. Fisch? Ich habe ja keine Ahnung, wo hier ein Fisch ist. Ey, wo will denn... Okay, wir haben Fisch. Okay. Kann der überhaupt richtig schwimmen? Ich habe keine Ahnung. So, was ist das jetzt? Jetzt gehen wir hier ans Lagerfeuer, ihr benutzen. Das geht nicht. Wo ist denn mein Fisch hin? Ey, Jungen, ich habe doch... Komm her, du Schwein! Hilfe! 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 Ah, gut. Das Schwein hat es entschärft. Ja, nice. Mein Speer ist weg, ne? So, hohes Fleisch. Kann das auch verderben? Wie, 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 wie heil ich denn mich? Hey. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin nur komplett neu. Bitte habt ein Nachsehen mit mir. Aber ey, wir haben schon mal unser erstes Schwein erlegt. Sehr nice. Ich würde sagen, uns geht es gut. Ja, ich möchte gerne die Tierhaut. Oh, wir haben auch noch. Ja, toll. So. Packen wir mal die Steine hier rein. Ich möchte auf jeden Fall unbedingt diese Tierhaut mitnehmen. So. Warte, 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 warte. Wir machen das schon. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen es hin. So, was haben wir hier? Tierfett. Was kann man nicht machen? Ich habe keine Ahnung. Melonenkerne können wir damit hinbringen. Okay. Jetzt gucken... Ich wollte schon sagen, ist das dieses Boot? Ach, wo ist das Speer jetzt? Wo ist mein Speer? Ich habe keinen Plan, wo mein Speer hin ist. Also, wir hatten das Schwein da hinten irgendwo. Ist das Speer hier noch irgendwo? Hallo, mein Speer? Oder geht das verloren, wenn du das auf so ein Tier schießt? Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass der das irgendwie verloren hat beim Laufen, ne? Ach, wie geil ist das denn bitte beim Jagen? Du wirfst den an und dann... Ja, lass ihn verbluten. Toll. Irgendwie schon nicht schlecht, ne? Aber, naja. So, wie sieht es aus hiermit? Eisenbrocken. Schön. So. Wir brauchen wieder Rindmulch. Die Tierhaut können wir jetzt auch nicht nutzen. Okay. So, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Fundamente, würde ich sagen. Dass wir uns hier schon mal ein bisschen was aufbauen jetzt, oder? So, wir sind... Äh... Hemd, Jacke, Brust, Füße. Ah! So geht das. Aber wieso verliere ich weiter Gesundheit? Das ist ja auch interessant. So. Da nehmen wir ein nächstes Fundament. Können wir das irgendwie drehen? Ja. 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 Okay, machen wir uns eine schöne große Hütte. So. So, was brauchen wir denn? Holzscheit und Bretter. Okay, wir müssen viel arbeiten. So, ich würde sagen, wir machen erstmal überall komplett die Holzscheit rein. Ne? Ne? So. Äh, scharf. Hier gibt's auch auf jeden Fall, äh, scharf. Ich hab's gehört. Ne. So, da haben wir voll. Wo ist das Scharf? Sieht das einer? Da hinten. Guck doch einer. Ach, schön, dass es aber auch so eine Vielfalt an Tieren gibt. Also, wir wissen, wir haben einen Vogel, haben wir schon gesehen. Es gibt Füchse, es gibt Wildschweine, es gibt Schafe. Oh Gott, hoffentlich gibt's nicht noch Bären oder sowas. So. Kann man hier noch durchlaufen? Ja, okay, das funktioniert. So. Wie gesagt, ich nehme euch die ersten Runden auf jeden Fall schöne mit. Ich weiß nicht, ob ihr, äh, später beim Farm, ob ihr dann, äh, noch mit dabei sein wollt. Oder eher weniger. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Da siehst du, da hinten ist ein Vogel. Und da gab's noch sowas wie ein Storch oder Wasserreihe. So. So, wie sieht's hier auf 4 von 4 hier noch nicht. So. Aber wie schön, ehrlich. Aber wenn er schon mal die ganzen Wimpies kommt. Davor, ich hab ein bisschen Schiss, bin ich ehrlich. Weil ich absolut keine Ahnung hab, wie ich mich am besten verteidige. So. Da haben wir schon mal die Holzscheite weg. Jetzt brauchen wir dann nur noch Bretter. Ne, 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 ne. Wieviel brauchen wir noch? Noch zwei? So. Dann können wir schon mal Bretter herstellen. So. Wir holen gleich das nächste Holz dran. Weil wir haben mehr Bretter brauchen. Gibt's nicht irgendwie wie so ein Wagen, wo man dann... Weißt du wie? Wo man dann die Holzscheite einsammeln kann? Ich glaub ja, ne? Sehr schön. So, wollen wir schon mal was bauen, oder? Kann ich nicht nehmen? So. Ne, hä? Ach, ich kann's nicht nehmen, weil ich überladen bin. Beziehungsweise, weil ich schon zu voll bin. Ui, 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 ui. Mal gucken, weil wir haben hier noch Rinden, wo ich... Warte mal. Halbieren. Ne, nimm mal raus hier. Und wenn wir Glück haben, können wir das jetzt hier halbieren. Okay, sehr schön. Wir können uns doch schon mal weiter hier laufen lassen, weißt du wie? So, kannst du hier reinpacken. Sehr schön. Das muss man unseren Eisenbahnen herkriegen für die Werkbank hier, ne? Ich kann's immer noch nicht nehmen. Gibt's ja gar nicht. Ja, stimmt. Ja, ist ja klar, ist ja klar, ne? Wir brauchen ja hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz. Wenn ich den da hinpacke, den Stein rüber, den Knochen, kriege ich hier nicht rein. Kriegen wir ja nicht rein. Kann ich die irgendwie drehen? Kann man die irgendwie drehen? Ne, oder wenn ich den nehme? Ich hab keine Ahnung, Leute, ehrlich. Ich bin etwas, was das angeht. Ich muss doch hier jetzt Britter nehmen können. Naja. Das wär ja ein Unding gewesen. So, eins noch. So, nächste Foundation nochmal fertig. So. Äh, äh. Oh, herrlich. So, dann brauchen wir noch eins. Wo hab ich denn eigentlich? Da, okay. So. Dann haben wir die nächste fertig. Sehr schön. So, sieht man ja hier. So. Wie sieht's jetzt aus aktuell? Aktuell geht... Oh, die Gesundheit geht nicht hoch. Wieso geht die Gesundheit nicht hoch? Fragen über Fragen. Irgendwie... Ich gebe mal gleich den anderen nachher. Da können wir den irgendwie auch noch durchschießen lassen. Dann müssen wir noch ein bisschen was holen, ne? So. Aber so langsam wird's. Da, 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 da. Da, 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 da. Schön, schön, schön. Schön, 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 schön. So. Äh. So, da fehlt natürlich wieder ein. Es fehlt immer einer. Du kannst immer fünf maximal mitnehmen. Wollen wir da mal. So. Darfst du da wieder weitermachen? Sehr schön. So. Zwei, noch sechs Stück. So, warte, wir wollen noch ein bisschen Holz. Wir wollen gleich noch ein bisschen Holz holen. So. Komm her, Junge. Äh. 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 Wollte es jetzt gerade nicht aufsammeln. Ähm, nein. Bitte da rein. Sehr schön. Deh, 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 deh. Wir machen es uns richtig schön. Oh, lalala. So. Jawoll, Freundchen. So. Na, los. Ja, mit dem Holz. Ja, Junge. So. Auf jetzt. Auf jetzt. Auf jetzt. Zack. Sehr schön. Äh. Warte. Gucken. Ähm. Überlegen. Was braucht man für so eine Kiste? Äh. Ich vergesse nur. Ich muss eh klicken. Und dann das. So. So. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall erstmal, äh, die Fundamente fertig. Das mal haben. Sehr schön. So, noch drei Stück. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Juhu. Wir haben unsere, unser erstes Anfangsfundament. Kann man jetzt schon Wände draufsetzen und sowas? Ja, na klar. Hier, guck mal an. Wie geil. So eine Holzrampe. Die könnte man sich jetzt. Cool. Was brauchst du dafür? Holzscheit und Bretter. Drei Holzscheit und Bretter. So. Nehmen wir die Holzscheit schon mal mit. Und. Auf geht's mit der Axt. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Da, 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 da. So. Wie viel brauchen wir? Vier. Müsste doch eigentlich. Eins, zwei, drei, vier. Geht nicht. Weil wir sind schon wieder übergeladen. Also überladen nicht, aber wir haben schon so zu viel. Ich muss unbedingt das hier loswerden. Aber ich krieg's ja nicht rein, ne? Siehste. Das ist ein bisschen komisch. Vielleicht haben wir, oder? Wir müssen mal kurz gucken. So. Feuerholz. Krieg ich das? Das krieg ich da nicht hin. Aber wir könnten ja trotzdem schön... Alter, was haben wir hier an, an, an... Pflanzenfasern? Das ist ja Wahnsinn. Eisenbrocken. Ah, stimmt. Wir wollten ja noch, äh... Ach, das krieg ich da oben nicht hin? Doch, so. Quietsch. So, jetzt. Äh, eins, zwei, drei, vier. Sehr schön. Oh, und es wird schon wieder dunkel. Sehr geil. Oh, wie schön das ist, Alter. Ist ja geil. Oh, ich bin so geflasht von dem Spiel. Jetzt weiß ich, warum... Warum, äh, die Sally das so durchsuchtet. So. Warte. Wir machen jetzt erstmal... Wir zeichnen jetzt erstmal an, ja. So, Fensterchen. So. Ich drück immer, ne? So. Ansonsten... Brauchen wir Wendi. So. Ich hoffe, dass er das richtig dran setzt. So. 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 Jetzt hier wird's schon wieder a Donnerwetter död. Das kann ja wohl nicht wahr sein. A Donnerwetter, Freunde. A Donnerwetter. Also, ich glaub, ich hab auch mein Lieblingsspiel gerade gefunden. Mal sehen, wo uns das hier noch hinführt. So, was haben wir hier? A Holzdach. A Holzfachdach. A holzdecke. Ich glaub, die kann ich erst setzen, wenn das hier fertig ist, oder? Hm. Was haben wir denn hier? Ein Holzfenster. Ja, das... Müssen wir gucken. Wir müssen... Was brauchen wir jetzt hier dafür? Holzscheite und Bretter. Ach, du Kacke. Wir brauchen so viele Sachen. Wie geht's denn uns? Immer noch die Gesundheit. Wieso ist die Gesundheit so tief? Trinke mal. Kann das sein, dass die sich erst auffüllt, wenn wir... Weißt du wie? Wir brauchen noch mehr Bretter. Ne? Wir brauchen noch mehr Bretter. Wir brauchen noch mehr Bretter. Ganz viele Bretter. Oh, das ist ja schon mal geil. Okay. Was können wir denn eigentlich noch alles bauen? Können wir hier schon irgendwie... Ein Holzzaun. Oh, Innenholzrahmen. Geil. Schön. Geländer. Rüstung. Eine Holztür. Eine Holztreppe. Holzzaun. Ja, wow. Eine Holzsäule. Holztreppe, so... Ah, okay. Holzdecke. Kann ich das vielleicht irgendwie... Ne, geht noch nicht. Okay, das geht nicht. Das müssen wir schon so platzieren. Alter, ist das Eiwetterchen, du. Ziegeltrockenkasten. Nein, wir brauchen eine Steinkiste. Wir brauchen unbedingt Eisbar. Apropos, mein Junge. Ja. Ist da noch was drin? Da hast du ja noch ein bisschen was drin, ne? Äh, halbieren. So. Wie viel, wie viel brauchten wir? Warte, jetzt müssen wir kurz gucken. Ey, wenn die Folgen immer mal ein bisschen länger gehen, ist ja nicht schlimm, oder? Gegenstandsrohstoffe. Hier, Eisenbar. Eisenbrocken, fünf Stück. Okay, brauchen wir nochmal Stein, zwei Stück. Zwei Stück Stein. Da haben wir ja noch hier. Sehr schön. So. Komm, mein Freund. Komm. So, bitte einmal das Stein da rein. Jawohl. Dann zünnst du das ganze Ding mal an hier. Hey. Ähm. Du kannst im Regen kein Feuer... Ach komm, ehrlich jetzt. Wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist das denn bitte, Leute. Du kannst im Regen kein Feuer machen. Ach, ist ja krass. Okay, jetzt brauchen wir auf jeden Fall mal noch ein Fisch. Ne, wir brauchen erstmal ein Speer wieder. So, warte. Wir stellen uns auf jeden Fall gleich ein Speer her. Warte. Ich muss nur nochmal reingucken, was wir dafür brauchen. Gegenstand, Waffen, ein Steinspeer. Wir brauchen einen Steinklinger, drei Sticks und fünf Pflanzenfasern. Okay. Eine Steinklinge, drei Sticks hätten wir da und fünf Pflanzenfasern. So, dann gehen wir bitte einmal auf Herstellen. Herstellen. Eine Steinklinge. Dann brauchen wir drei Sticks. Wie, 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 wie könnte man... Ich, wie gesagt, mit der Steuerung muss ich mich schon noch ein bisschen vertraut machen, Leute. Da kommen wir nicht drum herum. Und fünf Pflanzenfasern. Ja, okay, nice. Habe ich jetzt auf der einzigen... Ja, wir haben wieder einen Steinspeer. Jawohl, jetzt geht's ab. Auf geht's, Vogel. Ach, ne, ist ein Stein. Ah, ne. So, Fischi, Fischi, Fischi. Wo ist denn hier ein Fisch? Hier irgendwo muss ein Fisch sein. Yeah, wir haben einen Fisch. Könntest du bitte aus dem Wasser noch danken? So, jetzt packen wir hier hin, damit man nicht weg geht. So, ernten. Sehr nice. So, jetzt könnte man nämlich hier ran und könnte nämlich sagen, ne? Machst du... Machst du... Aber jetzt sagt er mir ja wieder, du kannst ja nicht... Du kannst dem Regenfeuer machen. Da müssen wir unten, bis es aufhört zu regnen oder wie. Aber so ist doch schon mal nice. So haben wir eine direkte Proteinquelle direkt hier bei uns an der Base. Kann das sein, dass meine Frau damals in der ersten Staffel auch hier gebaut hat? Oh Gott, ich mach meine Frau nach. Ich weiß nicht, ob das die gleiche ist, aber ich glaube, die hätte damals auch gebaut gehabt am Wasser. Und jetzt in der zweiten Staffel hat sie es nicht gemacht. Irgendwie war da was. Wo kann ich jetzt das Feuer wenigstens anmachen? Ne, es regnet nur noch. Schade. Aber cool. Ehrlich, es ist eine coole Sache. Ah ja, das geht ja... Da geht ja gar nichts. Ey, ist ja Wahnsinn. Jetzt hat es aufgehört. Jetzt können wir... Achso, hier fehlt Rindenmulch. Warte mal, hier Junge. Da ist Rindenmulch. Sehr schön. So, jetzt können wir drinnen auch anmachen. Dass wir hier durchkommen, endlich. Kann man das auch irgendwie wieder löschen? Oder geht das nicht? Das wäre ja natürlich schade. Wir müssen aufpassen, dass uns hier... ...der Fisch nicht verbrennt. Der jutzte Fisch, Leute. Jüte, würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle Feierabend. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.